Willkommen liebe Leute. Im letzten haben wir schon einiges geschafft. Wir sind schon mitten in der Fabrik. Es ist einfach nur geil. Und ja, dann viel Spaß. Sogenau dich mit zu mir. Graut auf jeden Fall. Und dann noch mal weiter. Ich hab echt viel Moni verballert. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön, ne? Auch gut. Wir schauen mal weiter. Ein Zahnrad Ach so, jetzt geht es auf, gut. Und da kriegen wir jetzt ein Zahnrad oder was? Ach so. Also da oben, sagen wir mal wieder. Ah ja. Wo ist das schon? Ich hab noch. Wo ist das schon? Wo ist das schon? Wo ist das schon? Ich hab das schon. Ah ja. Hä? Ist das so gedacht? Oder ist das? Das ist nicht so gedacht. Ich weiß es nicht. Ach so. Warte mal. Das ist ja ein Riesen-X. Ah ja. Aber es ist egal gewesen. Da bin ich jetzt aber nur drauf gekommen, weil das so durchgerechnet ist. Zylinder. Was? Hey, ich hab gedacht. Das könnte wichtig sein. Hier fehlt ein Zahnrad. Ist ja lustig. Ach so. Untersuchen. Hier fehlt ein Zahnrad. Okay. Gut. Ob es das jetzt war? Oder da rein jetzt? Was ist das? Das geht ja noch. Dann vielleicht am Anfang noch was. Heute ist es über sein. Man muss nicht, aber... Das ist ja aufregend. Kommt er ja noch nicht weiter. Na? Kommt. heutiger. Wollen wir mal speichern, ne? Das habe ich gar nicht gesehen letztes Mal. Soll ich etwas für dich auswählen? Ähm. Hm. Pff. Das ist kombiniert worden. Das heißt dann... Ich kaufe das, weil du es bist. Nur dass du es weißt. Mhm. Das ist das Problem, dass ich da auch nicht mehr habe. Hm. Es war Gesundheit. Das wäre halt auch super. Aber... Ihr seht es ja selber. Es fehlt, es fehlt, es fehlt. Mann. Das bringt mir heute auch nix. Zu hungern. Komm zu... Ja. 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 Auf jeden Fall. Duke. Ich bin jetzt von unten nicht hochgekommen. Ja. Achso. Achso. Habe ich Strom schon aktiviert? Dann könnt ihr ja mit dem Lift... Sonst. Weißt du? Ja. Dann können wir mal mit dem Lift. Drucken wir mal den Lift. Ne? Lifty. Da ist ja nix. Also... So für Möglichkeiten gibt es ja wahrscheinlich. Boah, der jetzt schon? Alter! Keine Ahnung, du. Was will der? Eine Kugelspül wieder. Cool, aber... Keine Ahnung. Geht es nicht weiter, oder? Jetzt ist das Kugelding, wo rot ist. Gut. Geht jetzt der Lift? Okay. Dann habe ich irgendwas nicht gefunden. Auch möglich. Warte, irgendwo noch nicht hinkommen. Irgendwas nicht beachtet. Ja. Aber es ist schon recht verwinkelt, aber es ist... Es wirkt zumindest so, als wäre es... ...im OK-Bereich. Ich komme ja nicht hin, ne? Ja. Trinkt halt jetzt nichts, wenn ich jetzt hinkomme. Ähm... Ja, jetzt werde ich schon noch was finden. Nur nicht aufgeben. Da geht ja nichts. Das ist klar, ne? Ja. Dann schauen wir nochmal drauf, ne? Da muss ich das Fick killen. Oder das killt mich? Das ist ja gut. Okay. Das habe ich killen müssen. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Also, wie gesehen, der hat dann auch so rote Dinger am Herz oder so. Ich glaube, das war schon mal gut, wie ich es gemacht habe. Ist das nicht zu schnell hin und her? Ja, so. Achso, eine Ahne. Okay, ob wir doch jetzt das... Ha! Oder da irgendwas. Ob ich auch nichts kriege. Da vielleicht. Ob ich irgendwas verpasst. Ja. Ah! Einmal ohne erwischen. Das wäre ja wunder gewesen. Gibt's ja nichts. Bin ich jetzt. Das geht ja nicht, ne? Das Wichser ist bitte schwer. Das wird ja eventuell was gehen, aber... Das wird ja eventuell was gehen, aber... Irgendwie auch nicht. Irgendwie auch nicht. Wach mal. Einmal ist doch... Vielleicht. Ich komm nicht drauf. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Ich stehe echt gerade auf den Schlauch, ne? Aus der Fabrik entkommen. Ja... Ich sag's das einfach, ne? Ich sag's das einfach, ne? Ich sag's das einfach, ne? Der. Aber ist ja lustig. Ich sag's das einfach, ne? Das ist schon mal. Und das ist schon mal. Das ist ja lustig. Oh, da denke ich, es ist ja kompliziert, irgendwie. Und dann geht auch die Hopp, die hält jetzt auch, weiß man, wie gut. Ich bin ja wieder da. Hä? Verwirren wir uns jetzt. Gibt es nichts oder was? Keine Ahnung. Du komm mal nicht helfen. Oh, da war ich noch gar nicht. Ha! Oder? Alter! Wie kann ich die Tür übersehen? Naja! Das ist schon wieder was für dich. Ach, warte mal, sprengen? Na. Auf jeden Fall, schaut's aus, ist weiter noch nicht rein. Oh, da war ich sicher. Oh, da war ich auch schon. Scheiße. Ich dachte jetzt habe ich es gefunden. Sch***! Sch***! Wir kommen eigentlich zum Beispiel. Und du es nochmal? Das war mal eine Frage. Bin ich da richtig? Keine Ahnung. Hm. Ja, keine Ahnung, wo ich ihn was. Na ja, wo ich da jetzt schon? Ich kann gar nicht mehr mit. Ach, sehr sicher. Wo ich auch schon. Aber da geht es nicht weiter, Max. Und das kann ich ja noch nicht machen, oder? Na, kann ich ja noch nicht. Das ist ja blöd. Hm? Ja. Verdammt nichts weiter. Ja, keine Ahnung, Mann. Und da habe ich... Da war ja schon. Das geht an. Da gingen Treppen hoch. Da war ich anscheinend noch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das macht dann auch weniger Sinn, oder? Ich weiß es nicht, dass ich da auch komme. Mochte Akkernszenen, ne? Ich habe das Bild versteckt, das Ganze. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist anders. Das ist nur das Labyrinth, da geht aber noch nix, jetzt bin ich da, da geht es weiter, da geht es die Treppen hoch. Da habe ich noch keinen Strom. Dann, dann, da denkt man, das geht aber, geht aber noch. Da geht es weiter. Da muss ich auch. Aber da komme ich auch nicht weiter. Hä, das ist komisch, ich bin einfach so verpeilt. Da wollte ich auch schon. Sag mal. Okay, jetzt geht er auf. Was bringt alles? Nix. Okay, das hat ein bisschen dauert leider. Soldatschädel, Zerstörung. Aber ich bin weiter anscheinend. Wieso ist das jetzt aufgerauen? Jetzt habe ich aber nix gekriegt dafür, dass er das so skillig aufgedeckt hat. Karte der Fabrik. Ah ja. Jetzt geht's los. Alter, ich habe schon so viele Waffen verloren. Ich weiß nicht, was er noch irgendwo aus dir, was er das Ding gekauft hat. Alter, das ist verwirrend, ne? Ich habe gedacht, ich habe jetzt, ich komme jetzt mal weiter. Ah, aufregend. Musst du Augen aufmachen, Alter. Oh Gott. Ich bin jetzt sicher, ha? Ich bin jetzt sicher. Ich bin jetzt sicher. Ich bin jetzt sicher. Oh, oh, oh. Alter, das ist so mächtig. Das ist so wieder. Jetzt ist das Zahnrad. Wo war das jetzt wieder? Pah, wenn ich das jetzt wieder wüsse. Achso, jetzt auch eigentlich? Ah, ich weiß es nochmal. Scheiße. Auf jeden Fall, die sind sehr mächtig. Großes Zahnrad. Das ist schon verwirrend. Aber geil. Großes Zahnrad. Ja, vielleicht auch weiter. Also macht es Sinn jetzt. Da am Schlusszahn. Da war es echt nochmal. So, da spülen. Spülen die ganze Zeit durch. Was das? Wo das Zahnrad passt. Da war ich doch schon irgendwo mal, wo das gestanden ist. Das letzte hab ich mir sicher wieder. Ja. So, wo war jetzt das mit dem Zahnrad? Digga. Ja. Echt krass, ne? So? Ja. Alter. Das ist echt unglaublich, ne? Toll, oder? Oh Mann. Jetzt geht's hier wieder rund. Muss ja. Nur wow. Oh, Ethan. Du enttäuschst mich. Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Wirklich, wirklich enttäuschen. Enttäuschen? Sie hat mich, uns, zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. In die Jahre mussten wir ihr dienen. Kannst du dir eine Bemütigung überhaupt vorstellen? Ich bin nicht wie mein Geschwister. Ich will frei sein. Weg von der Schlampe. Also brauche ich noch. So viel wie nötig ist, sie zu vernichten. Hm. Macht Sinn. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Storken verfilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Fuh, die Ethan stehen, oder? Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Dankes Arschloch. Das stimmt. Das stimmt. Was ist lustig? Hei. Lass nicht. Ich fahre. 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 Hey, wo bin ich jetzt? Ich fahre immer mal was. Ich fahre. Ah. Wo sind die, ach so. Aufkopf haben wir doch doch, aber wahrscheinlich muss ich dann eh killen, ne? Oder? Oder? Oder so? Warum? 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 Alter! Okay. I've been in it. Okay, so. I'm getting on my whole heads. Right? I've seen something like that. I'm getting on my head. So. ... 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 Oh, nein, meine Hunde. Man muss da, oder? Oh, ha! Wasser? Oh, das hört gut aus. Kommt doch gerne mal uns nochmal. Ich glaube das safen wir nochmal, hm? Ich weiß nicht, was kommt. Wenn etwas kommt, dann ist es blöd. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder da. Ich mach das noch schnell. Ich mach das noch schnell. Ich speichere das. Ihr könnt es dann eh schon gern beenden. Und Es ist echt ein nice game, Alter. Und ja, danke fürs bewerten Zuschauen. War auch Top. Ähm. Und kommentieren etc. und talen und ja, was halt alles dazugehört. Danke, liebe Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und so. Nicht? Hat aber echt sehr viel Resi 4 und so. Und so. Sache. Und so. Ist echt gut gemacht. Und. Ich muss schnell speichern. Ich muss schnell speichern. Ähm. Ja. Ja. Echt geil. Aber ich schätze. Es wird nicht mehr ewig. Also. Nein. Weißt schon. Glaube ich. Es wird nicht mehr ewig gehen. Glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber. Mal schauen. Ich weiß es ja nicht. Ich kann ja eigentlich nur Sorte herstellen. Kann ja eigentlich nur Sorten herstellen. Soll ich etwas für dich auswählen? Das kann man eigentlich immer kaufen, oder? Denke ich mir. Aha! Waffen überlege ich noch für das nächste Mal, ob ich mir was gönne. Und die Hauptdinger los und warum nicht eigentlich? Äh, 35.000, ja, 39.000. Aber gut, die Vollgraf merkt man, das ist schon... Jo. Hm. Hm. Merkt man, die Bissle seid schon schwach da. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Oh! Immerhin! Geil! Was ist denn das Wort? Ah, was... Maschinenpistole. Ja, gön! Geil! 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 Ja, okay. Finde ich auch. Ich glaube, das war gut. Ich kaufe das weil du es bist, nur dass du es weißt. Okay, na gut. Okay, jetzt speichern nochmal und dann. Bis zum nächsten Mal. Sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Ja, so cool, oder? Ciao. Bis zum nächsten Mal.